Die Krone hat sie schon lange, aber da setzt sie wie immer noch einen oben drauf. Mitten in der Schwangerschaft zeigt uns Heidi Klum einfach alles. Für wen sie sich ausgezogen hat? Naja, nicht für Sie, so viel steht schon mal fest. Offenbar gibt es da noch einen anderen Mann, dem sie in ihrem Leben vertraut. Und das hier ist er, der britische Starfotograf Rankin. Wir haben den Mann getroffen, für den die Heidi sich die Kleider vom Leib reißt. Hier ist Hot, Hotter Heidi. Na, da gucken Sie was. Sie brauchen aber gar nicht so skeptisch zu sein, denn das hier ist tatsächlich der neuste Schrei in Hollywood. Und das sagt niemand anders als Brad Pitt höchstpersönlich. Da haben wir selbstverständlich genauer hingeschaut. Hier ist unser Star-Zoom. Zurück bei Red. Das gab's noch nie. Wir begleiten gleich zwei Topmodels in New York. Und nicht nur für unser Germany's Next Topmodel Sarah Nuro ist es das erste Mal. Nein, auch Lena Gerke erlebt mit uns die allererste Fashion Week im Big Apple. Und auch wenn sie schon Profi ist, in der Stadt, die niemals schläft, wird immer noch mal ein Zahn zugelegt. Und zwar bitteschön alles zack, zack im Laufschritt. Hier ist das hübscheste Doppelpark aller Zeiten allein in New York. Und mit heißem Stoff und hübschen Damen geht es auch gleich weiter. Zurück bei Red. Über wen reden gerade alle? Und welcher Star ist gerade ganz besonders angesagt? Ganz einfach. Sie müssen einfach nur alle Tageszeitungen kaufen. Dann bitteschön noch alle Internetforen durchforsten. Und dann alle Fernsehprogramme gleichzeitig schauen. Und dann verrechnen sie die empirischen Werte der häufigsten Erwähnungen mit der Qualität und Relevanz der Beiträge. Und schon? Ist ihnen auch zu kompliziert? Gar kein Problem. Es geht auch viel einfacher. Hier ist der Red Star Ducks. Ja, herrlich. Mit so vielen wunderschönen Bildern im Kopf kann man doch jetzt super auf dem Sofa kuscheln und den Abend ausklingen lassen. Apropos, wir sind leider wieder schon am Ende unserer Sendung angelangt. Aber nächste Woche Donnerstag gibt es ja wieder Red Stars Lifestyle and More. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderbare Woche, einen schönen Abend und bis dann. Tschüss.